Ja, dann. Dann hau rein. So. Weißt du noch, so in einer bestimmten Form auch noch. Nein, erwähne ich jetzt nicht. So. Also ich kenne, da kriegst Schnecken nur in Schneckenform. Da graust es mir. Vor Schnecken? Nein, Quatsch. Ja, warte mal. Ist aber wieder kein Blöcke. Oh Mann, oh. Oh Gott, noch drei Öffnungen. Oh, nö. Noch drei Öffnungen. Was? Ja, vor allem, das sind ja hunderte von Blöcken, die hier noch verbaut werden müssen. Ich habe nicht mehr so wahnsinnig viele. Ich habe jetzt noch gesamt auf den LKW 206 Lamba-Blöcke. Ja, das reicht nicht mehr. Ja, das reicht nicht mehr. Hm. Warte ein paar. Ja, ich warte. Nee, nicht du. Dann warte ich nicht, dann fahre ich weiter. Hm? Aber wuss. Ich bin ja neulichs Ingenieur, habe ich gehört. Richtig. Waa? Da bist du doch immer. Was, ich? Nö, nicht immer. Ach, nein. Nein, eigentlich nicht. Bei Ingenieuren wird normalerweise auch ein Bau auch fertig. Bei mir ist irgendwie kein Bau wirklich fertig. Nicht mal die Villa. Ja gut, das Restaurant ist jetzt fertig, aber... Nee, der Keller ist ja noch nicht. Das Lagerhaus ist fertig. Wohl. Naja. Die Schmiede. Die Schmiede ist fertig. Die ist so fertig, das sieht doch richtig unordentlich drin aus. Du musst eigentlich mal den Kerl durch. Was denn? Hi. Wo kann ich das denn hinstellen hier? Dieses doppelte Ploppeln hier. Vom Setzen des Lampers. Plöppel, 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 plöppel. So. Ach. Also eins weiß ich noch. Ja. Das Sägewerk baue ich noch und dann bin ich raus. Für heute. Ach, ich bin so. Ja, 20.00 Uhr, 4.00 Uhr morgens, da kann man das schon, ne? Also da ist das schon vertretbar. Jetzt kriege ich noch nicht mal mehr Ad-Hoc das aus dem LKW gepopelte Holz. Und kein Setz ohne Stottern zustande. Offensichtlich auch noch. Ja, das auch. Ja, ich weiß. Ich weiß, es ist schlimm bei mir, weil ich zu schnell spreche. Ich rede schon gar nicht mehr. Was? Achso, du stotterst auch, deswegen redest du nicht. Achso. Aus geht, man. Was? Ne, so schnell kann ich nicht stottern. Achso, das geht bei mir nicht. So, Torotok. War ich gerade ein Loch? Ne. Ich dachte, ich hätte hinter mir ein Loch gesehen, aber nein. Das war nur an mir dran. Das war nur an mir dran. So, machen wir mal weiter. Irgendwas muss man ja erzählen, wenn es auch sinnfrei ist, ne? Entweder man muss sinnfreies erzählen oder man muss sinnfreies tun. Wie zum Beispiel ein Sägewerk neben dem Frituf bauen. Ja, ne? Ach, erwischt. Was? Ja, die Toten freuen sich. Ja. Immer noch was zu tun. Ist doch toll. Die werden noch gebraucht. Wenn auch nur als frisches Feuerholz. So, wo machen wir jetzt weiter? Da drüben. Bin ich ein bisschen näher am LKW. Doch, das sieht bestimmt toll aus. Geht das als roter Teppich durch? Ne, ne? Das ist ja braun. Sieht ja aus. Sieht ja aus wie Luppi-Teppich. Nicht so schön. Die roten Teppiche, die wir haben, sind leider rosa. Leider? Ja, ja. Leider rosa. Ich mag kein rosa. Wow. Was sind das denn für Töne? Ich mag kein rosa. Und was, wenn schwarz ausverkauft ist? Dann nehme ich blau. Oder rot. Oder gelb. Wow. Oder weiß. Obwohl, schwarz und weiß sind ja keine Farben. Das sind ja nur Töne. Das sind Töne. Ich habe schon wieder kein Holz. Dieses Holz ist einfach, diese Blöcke, die sind einfach so wahnsinnig schnell wie hier gebaut. Was? Ach so, liebe Zuschauer. Bevor ich es vergesse, ne? Also, ich weiß nicht, wie viele Blöcke ich hier verbaut habe. Aber es sind einige tausend schon, ne? Von daher bitte nicht wundern. Ich habe da mehrere Stunden dran gesessen. Um genau zu sagen, äh, um genau zu sagen, äh, um genau zu sagen, vier Stunden. Ja. Aber auch mit ständigem Wiederumbau. Na, erst musste ich den ganze Palast einen verbreitern. Dann waren es nochmal, da war es nochmal einer. Und dann muss es nochmal zwei. Und dann habe ich nochmal viermal verbreitert. Und, äh, ja, das ist jetzt das, was draus geworden ist. Eine nächste große Lagerhalle. Na ja. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Aber ich könnte mir denn Spaß machen, ich habe da zwischendurch ein Thumbnail gemacht. Und den ursprünglichen Bau. Den vielleicht als Thumbnail reinsetzen. In YouTube. Das wird bestimmt lustig. Da ist, da ist der Palast noch unschuldig, weißt du. Da hat hier gerade mal nur ein Thron reingepasst. Dann dachte ich mir so, naja, mit drei Thronen sieht das bestimmt wesentlich schöner aus. Dann brauchst du auch einen größeren Palast. Mit einem größeren Thronen halt. Und so habe ich es dann auch gedudelt. Genau, apropos das, was Autos tun. Wir müssen die Folge beenden. Wir sind bei gleich bei 21 Minuten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ging ja wieder schnell. Und ich beende genauso die Folgen, wie ich sie immer anfange. Mit den Wehensätzen ist es ja nicht schön. Ja, na gut. Also ich würde sagen, bis zur nächsten Folge Echo. Ich weiß noch nicht, wann die hier kommt und wann ich sie aufnehmen werde. Anhand der Uhrzeit. Aber ich glaube, die werde ich wohl dann morgen erst aufnehmen. Das heißt, heute, wenn die Folge erscheint. Könnte ich mir vorstellen. Und ja, dann machen wir hier natürlich weiter. Bis dahin werde ich aber wahrscheinlich wieder Lamba hergestellt haben. So macht er. Ja, ja. Erlaube ich ihm nicht. Was? Ich habe nur noch sechs Lamba. Also die verbauen wir noch ganz schnell. Und dann ist unser Holz auch aufgebraucht. Und dann muss ich Lamba herstellen. Oder zumindest holen. Ich habe ja noch was. Und äh, naja. Also Leute, dann bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss. So. Da habe ich noch einen Block in der Hand gehabt. Weiß ich, da habe ich nicht gesetzt in der Aufnahme. Ich bin ja einer. Boah. So was. Hat die Welt noch nicht gesehen. Also mit diesem Eingang, da bin ich ein bisschen unglücklich. Muss ich ganz ehrlich sagen. Na ja, wie gesagt, wer denn noch über Wasser ist. Über der Wasserquelle auch noch. Ja, ich meine schlimmer wäre es, wenn er unter Wasser wäre, aber... Trotzdem. Ja, ich überlege gerade, ich überlege gerade, ob ich den Fluss nicht umleite irgendwie. Oder hier trocken lege und weiß ich nicht woanders hin setze. Weil so lang ist er jetzt auch nicht. Aber das ist eine Frischwasserquelle. Die möchte ich nicht unbedingt kaputt machen. Für wahr. Hm. 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 Ist das eigentlich hier tief? Natürlich. Ach, hier haben wir noch eine Eiche. Ich bin ja auch nicht. Kennst du Timbaland? Kenne ich. Justin, ne? Ja, ja. Ja, ja. Ja, nicht Justin. Nicht. Aber ähnlich. Den Film, oder wie? Der Timbaland, einfach nur. Ach so, nur Timbaland. Timbaland? Ne. Äh. Äh. Ich habe mich schon mal irgendwo gehört, aber kann ich jetzt gerade nirgends hinstecken? Hallo? Ich wollte gerade sagen. Äh. Was? Was das so betrifft, nicht so ganz auf dem Laufenden. So heißen, ich bin irgendwo in die Jahre 2010 stecken geblieben. Ja, aber der Gabbel aber schon. Ja. Der Gabbel aber schon. Der Gabbel so schön in den 90ern ist das nicht. Ja. Hahaha. Hm. Einbahnstraße? Was kann ich denn da auch noch antworten jetzt? Ja, wir haben auch noch eine Ampel jetzt hier in Echo. Gekauft haben wir sie nicht, aber die Farben haben wir schon ausgesucht. Rot, Gelb und Grün. Also Tomaten, Mais und Gras. Wow. Ich wusste, dass du kiffst. Baut Gras an und sagt ständig Bom. Tja. 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 Ja. Ich weiß. Aber hey, ich lach selber drüber. Ist doch toll. Ja. Da muss es komisch sein. Mhm. Urkomisch. Ja. Natürlich. ich muss ja gerade mal gucken doch muss ich muss ich muss ja noch eine außenwand noch eine doppelte noch nichts machen irgendwie das wird wahrscheinlich der burg weil weil der burg den wollte ich eigentlich hier so an die brücke anstellen die so in der nähe ja vielleicht hier so dann darüber das kann ja gerne alles da so bleiben das zimmern wir einfach durch und da müssen wir noch ein zwei eichen dran glauben was ist das denn hier was ist was soll das denn also wie ist das hier ganz ehrlich hier auch irgendwie hin und her sport hat der könig aber nicht gestattet was war es doch nicht glaube ich bin mir ziemlich sicher das würdest du dir niemals erlauben irgendwo erde hinzubuddeln warum ich keine erlaubnis für ich habe nicht gesagt um erlaubnis zu fragen sondern um zu fragen ohne zu fragen habe ich das eigentlich in seiner aufnahme schon erwähnt dass mir das durchaus mittlerweile sehr recht war dass das was dass mir das durchaus sehr recht war dass du da erde hin gebuddelt hast habe ich das in deiner weiß ich habe ich das in seiner aufnahme schon gesagt ja doch kann sein ich habe dir schon gesagt ich weiß nur nicht ob es schon innerhalb seiner aufnahme war doch doch okay wir fehlen noch zwei rampen also insgesamt acht was ja ich weiß ich habe eher rampenfieber was denn den habe ich auch noch nicht gehört da kann auch er spontan ich wollte an sind immer noch die besten ja das stimmt auch macht doch mal führern hey ach ja ich kann ja nicht schneller fliegen sein jetzt mittlerweile ach du heilige scheiße stimmt schon andersrum andersrum nein ich habe kein holz mehr verrat da gibt es was von pfizer ähm sag mal ich möchte ich möchte gerne landen ach man jetzt kann ich ja nicht mehr landen das hast du jetzt davon dass ich nicht mehr landen kann ja 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 so ach ja so ist richtig gut dann machen wir es im fliegen halt das sind ja nur ein paar Rampen ach warte ach so so ein paar nur so ein paar nur okay okay naja eigentlich hätte es ja so schön sein können naja 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 nicht naja recht wo der trecker der ist ja auch bloß der ist ja bloß zweieinhalb breit von daher reicht das mein trecker habe ich nämlich vorhin auch schon eingebaut der stand auch dann äh ganz ungünstig zwischen äh Zaun und äh Palastrampe äh Palastrampe Palast äh Wand aus Mauer Palast Mauer 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 ah dieses Lenken Mensch Palastrampe Palastrampe Katze ist doch gar nicht hier drin Eieieiei das wird das wird noch ein ganzes Stück Arbeit ein Tag ein Jahr habe ich nicht gesagt ich wollte hier den Außenbalkon machen mit 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 Lamba wegen jetzt habe ich erstmal den Innensaal hier gemacht ich könnte aber noch einen Teppich tatsächlich auslegen das könnte ich machen ja mit mit Ziegeln also ich würde jetzt nicht unbedingt drauf kuscheln aber aber Maui aus ausklopfen glaube ich auch nicht so gut aber Maui 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 brauchen wir eigentlich auch ach wobei komm ich ziehe es jetzt durch dann schlafe ich heute nicht scheiß drauf dann schlafe ich heute nicht schläfst du heute mit auf ne oder auch nicht keine Luft ok ja ich muss heute nachmittag schon zu meinem besten Freundin der hat sich was bestellt was ich installieren soll das läuft's das läuft's das läuft's das läuft's Elch 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 was dachte du nennst mich eben Elch wollte ich grad schon Wildsau nennen und wie passt das da zum Beatboxing gar nicht was vielleicht vom Takt her schon auch diese diese Lager sind ja wirklich klein äh ne Quatsch die kleinen Lager sind ja wirklich süß so Maui Autschen Au Na kleiner ging nicht Was? Nicht? Klar kleiner ging immer Keiner ist kleiner als meiner Was? Das hast du gesagt Ja Ich ich enthalte mich meiner Stimme Na dann So hier ist leer hier ist Beutel leer auch nix ja von der Beutel ja Aber danach hatte ich Halles Rute von von Pilka Ist das denn jetzt schon wieder? Alter Da ist ein Kerl Ach ich lass mich einfach mal auf deinem Dach nieder wie ne Taube BANG So ganz Dach voll gekackt Ciao Na danke So soll mal hier holen da komm ich da auch irgendwie drauf Ne schade Laufen Laufen Springen vielleicht Ja So So Da mal auch mhm Ah ja Holz mhm Kein Holz mhm Habe ich ja nicht Oh da kommt tatsächlich eine Taube angeflogen Sicher dass er Taube ist? Sicher dass er Taube ist? BANG Wenn sie fünf Finger in jeder Hand hast dann bitte nicht drauf schießen dann bin ich das Ja dann muss ich das recht schießen Öh Was? Was? Ich mach nur ganz kleine Flecken hier drauf Jo Und da drauf Ah Mist Oh nein Ich steh auf dem Ich steh auf dem Windrad Das ist nicht gut grad Und dass sich das so schön langsam dreht Nicht wahr? Ja Und ich will Wendelator Wendelator Ja Ähm Mal sehen was dann hier noch schönes Ja Was ist das denn? Schon wieder Ja Was ist das? Das sah von oben so wertvoll aus Es ist äh Dreck Es ist nur Dreck Ah Acker Dreck Aber Dreck Aber Acker Wow 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 Du hast den Acker Acker 47 habe ich was? Nein Ich habe ja nur die nicht bekannte die weniger bekannte Acker 74 Falls es noch in Erinnerung sein sollte Oh Oh Nicht? Äh Gerade nicht Okay Weil du Knuff Nein Scheiße Ach warte mal Dann mache ich immer die Dinger ab hier Wofür ich So kann man doch nicht arbeiten hier Hi Tobi Geschmack Ach Noo Nein 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 Beklar Die 크� palavra